Willkommen zurück zu Let's Play The Eye of the Dragon! So, nachdem wir Hole jetzt befreit haben, haben wir unsere nächste Aufgabe bekommen und zwar nach North Star zu gehen. Also werden wir gar nicht lange rumeiern und nach North Star gehen. Es scheint keine Winterregion zu sein. Schade. Auf nach North Star. Ähm. Okay. Das sieht ziemlich nach Waldwüstenmäßig aus. Ähm. In irgendeiner dieser Brutstätten in dieser Umgebung müsste die Essenz sein, Städte automatisch zu verbessern. Außerdem starke Flugmonster. Ach du Scheiße, Tarantel. Groß-Gilie-Taranteln. Die einen ganz schnunter Beschuss nehmen. Ich glaube, ich bin vergiftet worden. Und was zu... Na, warte. Aha. Man hat mir übel zugesetzt. Und ich bin gerade irgendwie vergiftet. Habe ich nicht irgendwie... Ah, hat sich erübrigt. Ich bin nicht mehr vergiftet. Erstmal kurz den Zauberlein in die Leiste packen. Na gut. Jetzt ist die Frage, wohin? Und den... Dieses... Was auch... Ach. So einer wieder. Den werden wir erstmal fressen. Dass da drüben dürften diese fliegenden Viecher selben, von denen der Teppichmeister gesprochen hat. Hm. Wahrscheinlich mit hoher Garantie, dass diese Essenz bei denen ist. Oh, grüner Kristall. Grüner Kristall einsammeln. Mir ist mir aufgefallen. Ich habe bisher eigentlich noch gar nicht diesen Säure-Atem gebraucht. Könnte daran liegen, dass die Attacke momentan weitestgehend nutzlos ist, solange ich nicht meine Angriffskraft erhöht habe. Um ein Vielfaches. Wahrscheinlich. 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 Das habe ich jetzt gerade nicht gebraucht. Wir haben doch Hole gerade erst befreit. Warum greifen die das jetzt schon wieder an? Testen wir mal die neue Krater-Funktion. Oh, nice. Jetzt wird hier erstmal Gebirgsarbeit vollzogen. Okay, das gefällt mir jetzt nicht, was ich hier sehe. Anscheinend ist der ganze Bereich hier vorne mit Feinden überzogen. Da haben wir doch welche von diesen Luftviechern. Na, mal sehen, ob die wirklich so gut sind. Meine Fresse ist ja alles voll mit Feinden. Abheben. Wenn man jetzt nur wüsste, wo diese Lichtsäule ist, sodass ich wenigstens hier schon mal die Stadt integrieren kann, dass sich die Orte nicht dauernd wieder regenerieren. Nein. Ups, verdrückt. Okay, Hole wird also momentan komplett angegriffen. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Die Hope. Ich kann doch mal jetzt den Angriff. Defensiv-Zombie. Also immerhin weiß ich schon mal, man liegt hier von allen Seiten ziemlich unter Beschuss. Ah, das dürfte eines von diesen Flugviechern sein. Oh Mann, umzingelt von Feinden. Autsch. Okay, das fließt gerade mal richtig ab. Verdammt nochmal, so viele Feinde. Hätte ich mir ja alles von so einem kleinen Misstrachen gefallen lassen, das ist ja echt unglaublich. Ah, abgeschossen. Ich habe auch etwas nachgelesen bezüglich der Story von... Die Eye of the Dragon ist eigentlich im Grundsatz... Drachen und Menschen leben friedlich zusammen und irgendein Zauberer ist wohl nicht so zufrieden damit oder so... Und hat jetzt das Bedürfnis, alles zu zerstören. Jetzt weiß ich nur immer noch nicht, wo zum Geier hier diese komische Essenz sein soll. Das sind aber auch hartnäckige kleine Mistviecher. Weil die so klein sind, sind die so flink. Okay, mein Drache fliegt jetzt gerade über den. Normalerweise hätte ich jetzt vers... Ah, wollte ich gerade sagen, da hätte ich jetzt versucht, die zu fressen, aber... Was ist denn da ein Hole los, verdammt? Vier Monster... Vier Monster, zehn Menschen, okay, die müssen noch einen Moment alleine zurechtkommen. Ich muss gerade irgendwie hier schnell die Essenz finden, damit ich ihre Stadt zu einer Festung ausbauen kann. Das hier unten sieht zum Beispiel schon mal vielversprechend aus. Da könnte die Essenz drin sein. Hoffe ich mal. Nein, das war sie aber nicht. Und der kleine miese Drache hatte keine Chance. Okay, hinmachen, hinmachen. Ach, da wollen wir doch mal sehen. Aha. Oh. Ziemlich widerstandsfähige Gegend. Das muss man denen also schon mal lassen. Ha. Level up. Kein Wunder, dass man hier so schnell leveln kann. Meine Brasse, diese Spinnen sind ja die reinsten Flöcks. Okay, schnell, schnell, schnell. Ah, nein, nicht hin. Genau. Und... Zauber. Scheiße. Für den Fluch nochmal diese hartnäckigen kleinen Bastarde. Energiekristall einsammeln. Ausweichmanöver. Die nächste Kugel. Aber immer noch keine Essenz. Ihr habt das nicht anders gewollt. Das wäre irgendwie ziemlich übertrieben, wenn das nicht alles wieder sich zurückändern würde. Irgendwann wird die ganze Landschaft nur noch voller Krater sein. Weil ein böser Nekromantendrache alles kurz und klein geebnet hat. Auch hier keine Essenz. Zeit, den Rückzug anzutreten. Schön zu wissen, dass von fünf Kugeln eine trifft. Und von so einem Hosen-Scheißer muss ich mir ja nichts sagen lassen. Also zerfetzen wir den mal kurz vor seinen ganzen Kameraden. Krähen diese kleine Kackspinne. Und das war's erstmal mit diesem Part. Die Schlacht um Northstar geht gleich weiter. Aber erst noch muss ich den da fertig machen. Oder ich sollte ein bisschen den Rückzug antreten. In Begleitung eines Framerate-Einbruchs. Ruckel, ruckel. Ach, geh wieder. Nein. Framerate-Einbrüche. Des Gamers schlimmster Feind. Machen wir dann einfach so. Fliegen wir mal hoch in die Luft. Jetzt aber. Bis zum nächsten Part, Leute.